Also Baba Yaga ist irgendwie da, in die Richtung. Guck mal, ob ich da hinkomme. Oh, Mann. Mann, die Frau Pilze. Oh, hier war noch Fliegenpilze für mich, kurz und danke. So gemein. Gefunden. Ich vermische jetzt die Zutaten. Was Neues von der Patrouille? Hab gerade eine Übertragung empfangen. Sie sind auf dem Weg. Wo sind sie jetzt? Sie. Oh nein. Sie kommen direkt auf dich zu. Du könntest an ihnen vorbeischlechen, aber es ist vermutlich zu spät. Tut mir leid, Lara. Verdammt. Ich werde beschossen. Ja, und du bist totgeschossen. Dachtest du dir wohl, aber heute nicht. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Von wo denn bitte? Da unten. Nicht getroffen, meine Lieben. Ich muss mal hier weg. Ich sehe sie ohne Witz, ich sehe sie nicht. Ich fasse auf. Im anderen Teil war das immer die Taste. Fähfiger. Als wären sie Tiere. Bereit zu testen, ob das Gegengift wirkt? Ehrlich gesagt kann ich... Anna teilt unseren Glauben nicht. Oder ihr Hiersein hat andere Gründe. Sie ist hin und her gerissen. Ich merke das. Mir ging es auch mal so. Aber wir müssen hier alle unseren Teil beitragen. Ich übernahm einen Wachdienst, um ein Opfer zu suchen. Und tatsächlich habe ich eine verbliebene erwischt. Ich ließ mir Zeit, tat es mit den Händen, um zu sehen, wie das Licht in ihren Augen erlosch. Ich blieb bei ihr, bis sie kalt war. Magie. Konstantin sagt, dass wir mit der Quelle ewig leben werden. Dass wir das Angesicht Gottes sehen werden. Aber das habe ich schon. Genau hier soll ich sein. Hat gedauert, es zu finden. Aber das ist es. Ich bin zu Hause. Zweiter Mord. Herz der Finsternis. Trinity muss wissen, was er vorhat. Was Schöneres vorstellen. Denn es wirkt, stelle ich, welches Herr umtreffe dich im Tal. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Negativ. Selbst wenn, bei der Revolte wurde hier sehr viel beschädigt. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Hier höher gekommen. Witt und Wetter haben ihre Tribut. Wir also sind es auch jetzt durchgebrochen. Ja, der erste Konzert war in einem der Schächte. Und es wurde alles auf die Bergung konzentriert. Aber es kam wohl innerhalb einer Woche zur Bevolte. Die Arbeiter hatten genug. Du hast dich hier umgesehen, oder? Davon kann man ausgehen, also. Suchen wir diese Verzeichnung und gehen zu den anderen. Alles klar, dann suchen wir mal. Irgendwas von den Flüchtigen? Vermutlich tot. Ich halte... Ich halte... ... ein TRB gedrückt. Habe ich noch Gift? Man. Kein Pilze. Scheiße auf den Molotov. Das sind alle... Ich hab Bock mal auf die... ... mit meinen Molotov versaut. Ist aber auch nicht noch eine Flasche. Ich hatte zwei Versuche und das war's. Hier ist noch eine. Ist so doof mit diesen... ... mit der Steuerung gemacht. Mit der Tastendocküberlegung. Weil da musst du immer aufpassen, dass du wirklich gedrückt hältst. Ansonsten... ... hast du nämlich das Problem... ... dass du... ... wieder weg? Ähm... ... dass du aus Versehen irgendwie Giftpfeile oder so benutzt. Was man ja eigentlich meistens nicht vorhatte. Ist denn jetzt Hexe Baba Yaga? ... ja... ... nirgends. Bin verwirrt. Bin maximal verwirrt. Was? Hat mir das auch erledigt? Hier ist noch was. ... Ja, das ist... ... ja! So, hier haben wir noch was zum Lesen, da unten ist noch was. Ohne Text, alles klar. Pilze! Oh, können wir jetzt nicht einfach... Okay. Au. Weiche Landung. Astrein. Ist da eine Tour? Oh. MP-Component. Okay. Finden irgendwie immer mehr. Ich finde gerade nicht mehr die Aufgaben von Hexe Baba Yaga. Oh Gott, hier flackert alles. Ähm. Muss da hin, das heißt. Muss hier hin. Oder? Jetzt einfach mal zu dem Gelben. Und jetzt schon wieder eine Optionale Herausforderung. Geht mir damit weg. Da hinten. Ich komme jetzt safe dahinter. Ich habe mal einen Shortcut gemacht. Damit wir hier mal das fünfmal laufen müssen. Ähä. Das Spiel verwirrt mich, die sind. Wir sind doch gerade da oben. Ja, doch da gerade. Voll der Shit hier, ey. Schade. Ich dachte, ich könnte auf Dächern laufen. Komm. Die Leiter ist schon gelb. Hoch da. Ah. Das war knapp. Ich wollte unten zum Bergungsgut. War alles prediktet. Die haben wir das Zeug gefunden. Die Optionale Herausforderung kann mich machen. Bock drauf. Oh, hier haben wir alles getötet. Jetzt ist er rüber. Oh. Okay. Unerwartet. Dass wir sowas können, war unerwartet. Was? Achif. August. Couldra. Oh, hier. Was? 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 Wir wollen hier. Wir wollen hier schließlich wegrennen. Was? Oh, hier. Was? Oh, hier ist alles. Fast zur Beschreibung aus den Sowjet-Inforsen. Hier müssen sie zu den Ruinen durchgebrochen sein. Schon spuren von der Gefangenen? Keine Ahnung. Ich sehe das. Tschüss. Tschüss. What? Da war doch gar nichts. Okay, ich gehe jetzt einfach mal hier hoch. Ich hoffe nur, ich will jetzt nicht gleich mit weg. Schon. Okay, weiterklettern. Ah, eine Truhe. Mit mir. Außer ich brauche einen Dietrich. Ich brauche einen Dietrich. Mann, oh. Okay. Mann, ist hier sowas auf mich zu werfen. Komm schon. Was ist denn mit dem Lust? Er rennt voll spaßig hier rum. Ach mann noch mal. Mann na, Mann na, Mann na, Mann. Komm schon, komm schon. Nee, nee, nee. Rot durchbogen. Das war das. Oh, okay. So. Komm schon. Was ist das jetzt? Wär super nett von euch, wenn ihr mich mal in Ruhe lassen könntet. Ich weiß gern, ihr wisst es so toll, wenn wir finden. Ich bin bestimmt leidig auf mein Aussehen. Aber ich will Hexen Baba Yaga weitermachen. Hier ist eine Schriftrolle oder ein Buch. Ich habe die gegnerischen Truppen infiltriert und erfahren, dass sie auf die Ressourcen des Berges aus sind. Sie scheinen das von uns gehütete Geheimnis nicht zu kennen. Die Eisenstraße wird von Gefangenen gebaut, von Sklaven der Roten Armee. Auf der Eisenstraße verkehren riesige Maschinen, die noch mehr Sklaven, Nahrung und Material für den Bau einer kleinen Stadt heranschaffen. Ich muss zu meinem Volk zurückkehren, damit wir unseren Angriff planen können. Wenn wir ihnen schwer zusetzen, bevor sie den Berg erreichen, geben sie vielleicht auf und ziehen sich zurück. Nähere Betrachtung, rote Ankunft. Seiner Beschreibung nach haben die Sowjets eine Eisenbahnlinie direkt zum Berg gebaut. Okay. Gut zu wissen. Ist hier noch irgendwas? Gehen wir weiter. Ich bin gespannt, ob es uns gelingt, noch Baba Yaga fertig zu machen. Ich bin so weit gekommen. Ich bin so weit gekommen. Holzschneider? Dietrich. Alles klar. Den Dieter und den Frau können wir irgendwann mal holen. lived in auf die Aufgabe四 Bar. Zu sehen. Ich hab' ich's nicht gesehen. Kann ich auch nicht kommen sehen. Geh' mal da, wo's hoch geht, weiter. Nicht da, wo's wieder runter geht. Weil oben... Wird man dich loben? Ah, leh! Oh, no, das war knapp. Ich komm' hier nicht weg, Lara! Sie müssen nach... Mist! Trey, das wäre fast zu einfach. Lass mich mal das Protokoll sehen. Ich glaube, da wurde der Safe erwähnt. Schon dabei. Was? 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 Teuer Teufel ist die tolle Errungenschaft. Oh, ein Sackgassenschild und bitte Baustelle und so, ne? Bitte noch ne Baustelle. Das ist das beste Schild, was es gibt, ne? Bitte noch ne Baustelle. So, es hat nur friedlich gelöst. Friedlich in meinem Sinne. Langsam hab' ich's, glaub' ich, raus. Wo sind jetzt die ganzen Flaschen hin? Hier waren auch noch welche... Neee... Hier waren aber definitiv mindestens noch ne Dose. Oh, hier ist Holz. Die Dose lässt sich für Holz liegen. Hoffe, dass klappt. Ach, hier stehen Flaschen. Da ist sie! Feuer frei! Oh, die da hinten hat sich damit gezündet. Ihr brennt gut, meine Lieben. Muss man euch lassen. Eine Flasche hab ich noch. Hier geht alles gleich hoch! LOL. Tod durch Flasche. Ah, ich hab einen Kameraden von dir. Ich werde gut schießen in der Stimme. Ich mach euch fertig, meine Guten. Ich habe schon mehrere Stunden von Erfahrung, damit ich fertig war. Brennt in der Hölle, meine Lieben. Brennt in der Hölle. Das ist nämlich etwas, das habt ihr mir schon die ganze Zeit schon. Könnt wirklich sehr gut brennen. Ich hingegen, ich bleib mir noch ein bisschen Feuer fest. Noch mehr? Ed? Oh m? O n... Ich bin schon weiterentwickelt als ihr, meine Lieben. Ist er tot? Jetzt ist er tot. So, jetzt ist er ein Freund. Ha. Ha. Ich bin ausgewiesen. Nein! Dreckiger Bastard. Ja, scheiße. Ja, ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin schon. alle! Wo muss ich lang? Ah, auf die Truhe! Wieso komme ich da nicht hoch? Ich komme mir nicht hoch, weil ich hier in der Treppe ist und ich dumm bin. Oh, mein Gott! So, weg hier! Danke! Ja, da drin werden noch mehr sein. Sie müssen das nicht tun. So leicht werden Sie mich nicht los. Ich brauche noch Antworten. Dann verlieren wir keine Zeit. Abkürzung, finden Sie einen Weg durch die Verbände und eine verlassenen Termine. Okay. 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 Okay.